hallo ns freunde und ns freunden ich zocke alle ns games dieser welt und heute ist dran nobunagas ambition 2 wer kein ns spiel versäumen will der kann da unten gleich mal abonnieren da kommt noch jede menge nach generell ist so ein daumen hoch auch nicht verkehrt und lassen uns in den kommentaren ein bisschen über strategie spiele sprechen so kommen wir zu nobunagas ambition 2 am ns ja ich habe schon ein bisschen angespielt um ein bisschen reinzukommen gestern abend und bin während dem spielen zweimal eingeschlafen kein scherz kein scherz deswegen gibt es jetzt eine fette tasse kaffee dazu heute während dem let's play damit mir das jetzt nicht passiert ich sage mal so viel es ist nicht das spannendste spiel so viel sei verraten es ist nicht das spannendste spiel gut ja wie im ersten teil handelt es sich natürlich um ein strategie spiel und wir fahren hier mal ein neues game an jetzt muss ich gleich niesen leute wieso muss ich jetzt niesen was soll er müssen ok vielleicht schnell ist das raus vielleicht auch nicht das erste hier so wie viele spieler ich einer geht eine button geht ja so wie man fällt aus da schaut doch ganz gut aus kein plan ich nehme einfach das hier bin ich mir sicher ich bin mir ursicher megamäßig sicher so und jetzt können wir wieder genauso wie beim ersten teil unseren charakter zusammenstellen jetzt schauen wir mal wie politisch erfahren ist unser kampfmeister oder stratege ok 92 word also gar nicht mal so schlecht nicht so schlecht der stratege hier so haben wie gut ist der in seiner kriegskunst wie gut ist seine kriegskunst und wir werden es gleich sehen 80 naja naja da ist noch luft nach oben aber geht geht so geht so ok jetzt sehen wir wie charmant dieser wie kommt er bei den frauen an und bei den truppen wie sehr wieder geliebt vom volk und 92 ist es ok ok und ich habe keine ahnung was er ist wie ambitioniert er ist kein plan egal schauen wir mal wie viel 88 nicht so nicht so übel aber auch nicht so besonders gut lassen wir das mal dann ist es ok und ich sage leute das war jetzt der spannendste teil das war der spannendste teil wirklich so ich nehme level 1 weil ich weiß dass das spiel wie der erste teil ist sau schwer ist ist das alles ok ja ist ok man ist ok mach weiter ok und hier ist die wunderschöne grafik wird eingeblendet gezogen und gesquart gleichzeitig ja und hier ist unser hauptminüt spannend 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 jetzt werden irgendwelche züge im hintergrund berechnet und jetzt sind wir dran jetzt geht es um die wurst oder eher gesagt ums land ich starte dieses spiel mal mit einem schluck kaffee ich sage ja zu kaffee mit hafermilch gut was machen wir dann so mal bemerkt ist es mal am anfang recht scheiters zu bauen also bauen wir mal was bauen wir was brauchen wir was das baum ich glaube land ist gut weil land bringt fressen es man nicht essen wir menschen essen ja so da ich habe keine ahnung ich glaube hier muss ich die region auswählen ich mache einfach irgendwas ich habe kein schimmer ich habe mich versucht echt einstunden gab es eine halbe stunde gespielt haben versucht und war warm zu werden mit dem spiel hat nicht so funktioniert das waren werden jetzt wo das einschlafen das hat nachher sehr gut funktioniert super geschlafen heute nacht ok und jetzt wie viel geld will ich dafür aufwenden ich mache mal 20 auf 15 ich weiß nicht warum ich dafür das geld auswählen muss und wie viel ist man nicht so ganz gleich das wie viel ich jetzt vom land verwende oder wie gut ich verwende irgend so was müsste man wahrscheinlich die beschreibung lesen gut autorisiere ja ich auch das russier und dann wird schon gerne die pixel grafik da sieht man es wird gearbeitet leute stellt die maschinen an es wird wieder gearbeitet gut ich habe aufwählen erdball zu zitieren gut weiter geht's ja lasst mich mal eine frage stelle ich ja immer wieder gefragt was ich das übelste ns geben dass du bisher gespielt hast und ich stelle mal die frage weiter euch welches ist das übelste ns spiel das ihr gespielt habt haut mir mal in die kommentare rein ich verrate euch meine antwort wie immer zum schluss gut was machen wir hier kann wir spionieren wir spionieren wir könnten ein assistieren schicken machen wir das geht nicht gut geht nicht wie wäre es mit ein bisschen krieg jetzt mit ein bisschen krieg und selten anheuern machen wir mal mehr seltener ist immer gut da gibt es irgendwie nicht so viel zum anderen da steht 22 sollte das jetzt daneben ist das gut oder schlecht ich weiß es nicht ich nehme mir das hier und wie viele möchte ich anheuern möglichst viele leute durch mir ist seltener leute frage ich mich viele seltener haben ja so herr mit sondern das sind sie schon seltener für alle gut diese nicht spannend leider richtig spannend richtig spannend ja die frage des tages ist welches ist das schlechteste ns spiel ich kann ich schon mal verraten es ist nicht das hier das ist einfach nur irrelevant und vielleicht ein bisschen zart oder auch einfach nur schwer zum reinkommen auch wieder 15 genug geld dafür keinen plan schön so ok diplomatie geht nicht was gibt es da noch bei ada ok da kann man nur so einstellungen machen ok chill mal runde hier gehen wir wieder auf den button schöne runde junge gut jetzt wird gechillt und alle züge werden wieder vollführt alle 10 runde und ich bin schon wieder dran das ist die spannung von diesem spiel und wenn ihr nichts hört dann habt ihr es genauso erfasst wie ich es gemeint habe da knistert nichts gar nichts kein knistern keine spannung kommt nicht auf sorry ich habe es echt versucht das spiel zu mögen geht nicht wenn ihr das spiel voll abfeiert dann bitte schreibt mir was in die kommentare und sagt mir warum kann gut sein dass man es einfach tiefgründiger verstehen muss bauen wir wieder mal was expand ja machen wir die stadt größer welche stadt machen wir größer die kleinste hätte ich gesagt gibt es das geht nicht okay dann mache ich die größte noch größer größer ist immer besser könnte man jetzt aus dem kontext ziehen ok lassen wir das machen wir ja einfach mal 19 19 gold setzen wieder für ein ja ich autorisiere das ich als oberschleffe autorisiert aus und jawohl voll geschafft und wir sind hier bei acht minuten spielzeit wo und es knistert so richtig ok wenn ich wäste mal und ich verrate ich nicht verrate ich jetzt schon ich verrate euch jetzt schon was mein schlimmstes geben ist mein schlimmstes game am nes das nicht heißen soll dass es nicht vielleicht ein schlechteres gibt also ich habe noch nicht alle gespielt ich bin jetzt bei knapp 400 ns games wie schon eine wenge ja aber das kann ja sein dass noch was schlechteres kommt das cheater man 2 ja jahre 1 habe ich jetzt nicht genommen weil cheater man 1 zählt nicht weil das ist in der spiele kollektion drin war ja deswegen cheater man 2 richtig was richtig übel spielen wollte so was richtig weh tut und wo ihr nicht wisst wie es wieso eigentlich und wieso traut sich das jemand verkaufen dann spielt mal cheater man zwar ich glaube es war im remake gemacht oder haben sie sogar eins gemacht cheater man 3 kein plan ich habe eigentlich gehofft dass wenn ich jetzt auf genug auf rest drücke dass ich dann immer mal angegriffen werde ich handel mal ich kann nicht handeln ich ich baue was ich baue noch was ich baue noch land richtig fett land hier haben wir mal raus die kohle weg damit autorisiere wird richtig land gebaut jetzt war wenn das jetzt die andere nicht voll aggressiv macht so dass sie mich angreifen vielleicht kann ich euch dann mal meinen angriff zeigen ich raste mal und schaue mich jemand angreift damit ich euch das noch zeigen kann aber es schaut schlecht aus damit greift einfach niemand an ich kann hier noch in stunden stunden lang und bauen und train und diplomatie geht einfach noch nicht da könnte ich dann auch heiraten tja ich kann mal irgendwo hingehen wo soll er hingehen geh dahin oder geh dahin ich kann da runter gehen ja ich kann mehrere sachen auswählen ich kann alle sachen auswählen ok jetzt bin ich überzeugt wie viel möchte ich mitnehmen wie viel gold möchte ich mitnehmen richtig viel gold 70 wie viel essen mitnehmen muss ja ich autorisiere das verdammt ich autorisiere es tue es tue es jetzt lassen wir das lassen wir es das war nobunagas ein bisschen zwei schreibt mir mal was über euer schlechtes nes geben in die kommentare meint war ja cheater man zwei ich verlinke euch das gleich mal ja ich verlinke euch das gleich mal ich verlinke euch gleich mal da cheater man zwei schaut doch mal das schlechteste nes geben an wie ich es zocke warum soll ich nur alleine schmerzen haben wir sollte auch was davon haben also bis gleich bei cheater man zwei ciao ciao